hallo und herzlich willkommen liebe tennos um waffen zu bekommen brauchen wir nämlich die schwestern von pavos und ebenfalls brauchen wir sie für die jagdhunde und zwar drei jagdhunde und 15 mögliche waffen das ist natürlich schon eine sache wo man denn auf jeden fall hin will wir können unter im kodex unter schwestern von pavos dann auch nachschauen welche wir schon hatten oder ja oder welche sogar auf welches level gestiegen sind hier nehme meine schwester die zell wäre der name welche schwester ist damit ist aber okay die schwester sind übrigens von pavos das bedeutet wir haben mit dem granium zu tun das zeigt auch so ein bisschen hier das symbol immer schon auf der seite wie funktioniert das hier mit unserem mit unsere schwester und zwar unsere schwester wird dann wenn wir sie uns eingefangen haben das einfach ist hier das komplizierte dann wird sie uns nämlich ein jagdhund liefern zusammengestellt aus verschiedenen teilen es gibt insgesamt drei verschiedene jagdhunde 15 waffen und die waffe zeigt uns dann nämlich auch hier noch mit dazu ihre fähigkeiten wären hier hier haben wir ihre rangstufe maximaler rang das haben wir hier mit unserem politik erreicht ansonsten ihre balken der wird ja dann nach und nach rot wenn wir uns ja was eingefangen haben aber dazu später und zwar ihre fähigkeiten werden hier die schwächen widerstand widerstand ist natürlich das was ihr wenig schaden macht die schwächen werden hilfreich die waffen noch mal namentlich aufgelistet der waffen bonus und wo der geburtsort ist wer der erzeuger ist das kennen wir ja eigentlich schon vom licht und wer möchte kann sich dazu noch das tutorial anschauen nehmen wir mal eine andere und zwar können wir ja den nächsten nehmen da sind wir auf vier gekommen und ich glaube hier war es drei gewesen genau also es gibt unterschiedliche schwestern mit unterschiedlichen waffen und wir schauen einfach nach kurz mal was wir dann da insgesamt schon an waffen haben wie das mit den waffen funktioniert ist ebenfalls ganz interessant denn 15 waffen die alle tennet heißen wo es dann möglich wäre jetzt hätten wir ja schon an der falschen stelle da oben ist mein so da haben wir unsere tennet waffen und die tennet waffen die sind nämlich ganz interessant weil wir bekommen ja die waffe können die waffe durchlemmen die sind relativ hoch wir sollten also wirklich ja eigentlich circa ab meisterschaftsrang 20 die sache erst versuchen denn wenn unser entgegner denn dann schon wirklich die stufe 4 5 erreicht dann geht es richtig nach oben und wird schon richtig schwierig das ganze noch zu schaffen von daher haben wir wenig waffen wie diese hier die dann mit kleinem meisterschaftsrang drin sind die meisten sind denn hier ab 16 mit achtet drauf wenn ihr euch die schwester einfangen was sie für eine waffe hat 15 waffen werden möglich möglichst immer eine andere waffe nehmen man kann allerdings diese waffen dann auch später zusammenfügen das wäre dann auch möglich um zu zeigen dass die waffen auch ein bisschen höher gehen haben wir unten mal eine forma drauf grauen das heißt die waffe ist jetzt auf 32 denn wer vorhin darauf geachtet hat es geht nicht nur bis 30 sie sondern auch noch der balken ist nicht voll das heißt sie ist noch nicht durch gemeistert und kann bis meisterschaft zu fragen oder ihr waffen rang 40 hier hochgelevel werden und damit pro waffe 4000 meisterschaftspunkte möglich und drin und da können wir sie ja auch noch zusammensetzen also hier und da lohnt sich doch dann auch die gleichen waffen dann dazu nehmen so dann gehen wir mal kurz ins arsenal und die eine haben wir hier quasi doppelt und das ganze kann man hier machen valenz fusion nennt sich das und dann suchen wir uns die zweite waffe aus und verbessern den schaden der waffe auf den höhe auf die waffe die höher ist damit am ende das eine plus das andere dann je nachdem die kommen wir mal mit unterschiedlichen schadensvarianten raus dann eben nach oben etwas pushen können so wäre der richtige griff also es lohnt sich auch die waffen doppelt zu haben aber naja man muss nicht alles doppelt und dreifach haben in erster linie sollte man es darauf ab 10 dann alle 15 waffen wirklich vielleicht zusammen zu haben jetzt kommen wir aber dazu wie funktioniert das ganze und zwar hier unten das ist der teil der wichtig ist es gibt nämlich zwei varianten die wir haben können wir können uns einen licht einfangen und können uns eine schwester einfangen so wäre das ganze gut formuliert würde ich mal sagen wir haben jetzt nichts und das ist das was wichtig ist weil ich und eine schwester gleichzeitig funktioniert nämlich nicht also ihr solltet euren licht bei die ein habt dann ist ja hier unten das symbol fertig machen und dann können wir auch eine mission suchen die schwestern heiße schwestern von pavos pavos was sagt uns das ist der typ mit der goldenen hand kann man auch vielleicht über das video danach ja noch mal kurz ein oder wir rennen noch mal das geht ja hier relativ schnell noch mal hier einmal rüber und dann können wir nämlich hier drunten nehme ich auch das video quasi dazu ansehen die ganze nachher am ende noch mal kurz mit einspielen da sieht man neben dem kranium volt und ja den das ganze was dazu gehört beziehungsweise schon etwas von den schwestern und den kleinen trailer dazu also kleiner vorgeschmack wäre das definitiv meine favorite mission von den corpus mission wir müssen ja eine corpus mission nehmen und wir brauchen den kranium volt und wir brauchen den kranium volt übrigens nicht irgendwie sondern eigentlich möglichst vor dem beenden der mission warum weil wir brauchen danach doch gegner das erste was nämlich zu tun ist hierfür um sich eine schwester einzufangen ist den kranium volt auf stufe 1 zu bekommen das heißt ihr müsst 25 prozent der gegner abmurzen die sich im kranium befinden und das meine freunde das geht definitiv auch in der mission hydra hier definitiv relativ gut ob alleine oder mit mehreren im kranium einfach ein springen wie schon gesagt ab meisterschaftsrang 20 ist auch der kranium hier definitiv möglich unter da kommt man dann eigentlich glaube auch ein solo modus relativ gut klar favorite mission wie gesagt hydra hier auf planet pluto es geben aber auch andere und um zu sehen dass auch das funktioniert haben wir jetzt wirklich mal die mission vor allem endet allerdings achtet darauf dass diese goldene hand da haben wir die kranium krone und wir müssen die zenit kranium krone benutzen da drin also solltet ihr zwischenzeitlich schon mal ein paar die zahlen kranium krone dann hier wirklich ja vielleicht zusammen fahren um dann rein zu opfen so dann müssen wir uns im kranium selbstverständlich durch kämpfen ja jetzt haben wir schon 63 insgesamt 100 gegner wir müssen nicht alle abmurzen es reichen auch 25 aber der teil ist wichtig dass wir jetzt nämlich hier wirklich die kranium rang und dann kommen 64 gegner hat man in 1 minute und 24 sekunden dann nach dem kranium sollten wir weiter ohne schnell auch das springen auch doch daneben viele gegner so viel wie möglich dann hier killen und deswegen wie gesagt möglichst am anfang und dann zeigt der pavos uns die nachricht an und wir können unser ziel hier nehmen so sieht das ganze denn aus ohne dann bekommen wir da auch unsere schwester noch die mission werden und dann haben wir schon alles nötig erledigt um sich diesen teil einzufangen dann die mission schnellstmöglichst beenden und dann kommt auch gleich unser kurzer trailer der denn da verrät welchen oder welche schwester wir denn uns eingefangen haben nun lecken wir hier etwas und da haben wir jetzt schon den namen sollte man sich dann merken dann später in den folge mission können mehrere dieser schwestern auftauchen das ganze funktioniert wie bei den lichtern und unsere erst mission sind dann zu finden empfehlenswert über auslösungs mission darauf da steht ein höheres level und zu welchen schwester das ganze denn gehört wir müssen hier wieder unseren parason wir haben die balken für aufgebracht die schwächen und den geburtsort als noch mal mit eingeblendet wir müssen erst mal etwas bekommen von den hunden und dann funktioniert das ganze wieder so wie bei den licht und zwar braucht man drei kombinationen ähnliche zahlschloss hier unten wird schon mal angezeigt wenn denn der erste reliquien mod so weit freigeschaltet wurde dann sehen wir nämlich die erste zahlschloss wir wissen nur noch nicht an welche stelle sie kommt und das müssen wir dann nämlich nach und nach herausfinden wir haben ja unsere reliquien mods acht stück an der zahl plus denn die null die ja wieder beides oder alle drei acht praktisch möglich macht und dann müssen wir jetzt mal zwischendurch hier wieder missionen machen ja gehen wir mal rein befinden uns gerade in der gruppe und da müssen wir dann nämlich diesmal hunde das heißt der leider der kommt nämlich in der zeit schon öfters vor und da ist auch schon die gegner sind ziemlich zäh und achtet auf die cloud auch gerne mal die waffen und dann den parason ausnehmen wir bekommen ebenfalls noch reliquien pakete unter umständen dazu und das ganze bringt uns hier zehn prozent geflüster pro hund dann also lohnt sich definitiv dann gruppe mission anzunehmen denn da hat man nicht mehr gegner um die gegner um so mehr hunde sind dann am ende auch da und da können wir noch mal auf dem parason wir bekommen dann nehme ich hier immer mehr freigeschaltet das heißt wenn der kreis voll ist dann ist es nicht so weit durch und das symbol wird uns angezeigt und wir können unsere liquid mods dann auspacken weil wir haben viel zu viele sachen die ja sonst möglich werden und wir können dann nämlich und sein parason so modifizieren dass er denn am ende mit den reihe richtigen karten die hier angezeigt werden dann auch gut unsere schwester denn singen kann dann steigt unser licht nämlich immer weiter auf und wir müssen uns zum nächsten planeten und uns die nächsten mission dann nämlich ausrufen die da für uns vielleicht die passenden oder die richtigen sind so ansonsten regel ich hier gibt es das hier noch und da können wir dann die schwester oder unseren licht dann ist je nachdem was man gerade von beiden machen möchte können wir sie sofort ran holen aber das ganze zu kommen ist relativ eher selten das gibt es nicht mal zu 100 prozent und dann müssen wir nämlich probieren bis wir die richtigen kombinationen aus haben also in den ersten missionen am besten wirklich dann vor allem achtet auf den hund ja zweiter ist durch und dann müssen wir mal schauen ob die dritte konstellation dann kommt da sind ja auch der karte alles ein bisschen verwirrt daher ein symbol und da haben wir den dritten noch nicht also müssen wir wieder geht flüster sammeln und wir müssen sie erhebt sich ist im rang aufgestiegen und dann werden wir sie beim nächsten mal machen und zwar auf dem nächsten planeten können wir sie nämlich besiegen in dem fall jetzt auf dem jupiter bei drei beim rang stufe 3 so und diesmal haben wir es jetzt dann hoffentlich unsere frage und richtig modifiziert ja der ja gar nicht nur die erste mal weghauen um dann an unsere schwester und jetzt hat es doch schon wir um die dritte konstellation da fertig haben wo sind sie verschwindet und man das ist der etwas ehrgerecht nachteil da ist auch schon wieder so und kriegst erst mal was drauf und jetzt entscheidet sich alles achtet darauf dass bei den mods hier schon ein punkt abgezogen wird das heißt wir brauchen diesmal zwei und damit haben wir auch unser letztes relikt im geflüster freigeschaltet das ist definitiv gut und schauen wir mal dann gleich mal nach wir haben also alles soweit richtig gemacht aber unsere karte müssen wir dann jetzt noch mal drauf tun um dann unsere lania orient dann am ende komplett besiegen können wir haben sie hier so durch und besiegt allerdings ist jetzt dann in jeder mod der nämlich nur diese drei punkte verfügt und danach leer oder entwertet wird das heißt wir müssen dann nämlich neue reinpacken sonst kümmern sie in dem rest der mission nicht ausrüsten wo sie dann zu finden wenn wir das ganze getan haben und zwar haben wir dann nämlich hier die mission etwas rausgesucht auf den neptun ist dann schwester vom pavos konfrontation dann taucht auch irgendwann unsere schwester auf für jedes teammitglied ja kann hier dann oder uns muss sollte wie auch immer dann in dem grannium kann heute sagen wir schon nein hier in dem modus dann die seine eigene schwester aufbringen so ist es ja richtig gesagt das heißt es tauchen also mehrere schwestern auf und naja wir haben nacheinander zu tun aber jetzt ist unsere dann nämlich endlich mal dran und die müssen wir da noch schnell runterklopfen so das ganze geht diesmal fix und in einem runde und wir haben nicht wieder drei verschiedene und dann haben sie durch wir haben 20 sekunden zeit erst kommt der text da ist er konfrontieren nach links dann wäre das die möglichkeit sie nicht zu töten nach rechts ist töten konvertieren bedeutet dass unser unsere schwester uns dann als hilfreich in mission mit unterstützieren doch mal kurz was wir da schon bekommen beziehungsweise bekommen immer die teile von hunden plus eigentlich einen kompletten und dann selbst das ist doch definitiv wir haben jetzt das sind alles schon raus das geht hier relativ fix reliquium ultimatum nicht zu 100 prozent haben wir gesagt aber ab und zu bekommen was das ist dann fürs zweite mal nämlich sehr hilfreich damit können wir dann die schwester oder den lichtern ein zweites mal so dann am ende der mission wenn wir durch sind bekommen wir den kompletten hund wie gesagt dies ist übrigens auch handelbar wir bekommen auch die waffe und das emblem der schwestern schafft das sollte eigentlich bei egal welcher schwester übrigens schon mal da sein so mit der waffe verhält sich das ganze so in der schmiede und sie ist sofort fertig ebenfalls ist der hund fertig und zwar ja der wird aus vier teilen zusammengebaut das heißt eine mischung aus vier teilen aber wir kommen nicht nur diesen hund sondern auch hunde teile zusätzlich denn der hund den können wir gleich so ein sack und mitnehmen wie gesagt es gibt drei verschiedene sorten an und und ansonsten den rest kann man sich dann in auf der venus dann selbst zusammen basteln falls man noch nicht überall drei hunde verfügt reichen vielleicht ja auch ein oder zwei aus um sich dann einen dritten dann selber zusammenzustellen bei ihrer heck und da haben wir den heck so sieht er zum beispiel aus und dieser ist jetzt bei uns getroppt und der besteht aus dem kern dass der jagd und modellen sagt man da gibt es drei und in den träger und den stabilisieren und das ganze können wir uns auf der venus und fortuna zusammenbauen dann sind wir auch durch mit dem ganzen warum auch mal schwarz aber wir hatten gesagt es kommt noch hinten dran ganz kurz der trainer der schwestern der sind mich äußerst interessant ich möchte mich bei euch schon mal fürs zuschauen bedanken wer möchte kann gerne gleich dann lassen den kanal abonnieren jetzt halte ich meinen sabbel euer remi mein brother was a witless man happy as a hog face down in the trough no thought of the farmer's axe he was a brute above my as for his constitution yet he had not the will nor the guile to let me guide that broad so in my youth i often imagined i had another sibling a spectre of sorts a sister and in my mind she and i oh how we would conspire great schemes risk trades rapacious plots so in my mind she and should i ever find myself back to talk so in my mind she'd be at my side axe in hand so in my mind so in my mind